Oh Mann, das habt ihr getan. Ehrlich, das war jetzt absolut also... Boah. Boah. Ich will da hoch. Ich will das Geheimnis hier oben haben. Ledermäuse. Hallo? Was mache ich, wenn ich das hier gern hätte? Hallo? Ich will das haben. Das ist doch ein Witz. So. wenigstens die scheiß Bumerangwaffe hätte er behalten können aus Teil 1, aber nö 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 Und zack, das Spiel verloren. Möchten sie es noch einmal versuchen? Ja, nein. Geh mal weg, Camper! Scheiß Camper, ey. Und rechts ab, bitte. Mist. Tja. Hm. Ich hätte jetzt ja Angst, wenn ich du wäre. Perfekt. Und jetzt habe ich mir es weggeschafft, ne? Hey, bringt bei dem sogar was. Ich wollte aber die Fledermaus. Komm mal her, Fledermaus, komm. Dankeschön. Gehen wir halt so lang. Auch okay. Nein, ihr gemein. Fledermäuse. Oh, jetzt dascht er aus Versehen. Oh, jetzt dascht er aus Versehen. Habt ihr schon gehört? Fledermäuse können nervig sein. Habt ihr ebenfalls schon gehört? Es gibt auch im letzten Level noch kleine Geheimgänge. Langsam dauert das doch ein paar Stunden, bis ich durch die Waffen alle durchgescrollt habe, oder? Ja, dann wäre das toll. Juhu, Energie. Ähm, ich glaube, diese Fledermaus war wichtig. Ja. Kotz. Ja. So in etwa. Ähm. Na egal, dann so. Hier gibt es noch mehr Leben. Missed! Puh! So geht das. Was jetzt natürlich blöd ist, was mir auffällt. Noch weiter zurück. Nein, ähm... Tja, ich müsste noch weiter zurück, denn es gibt gleich gewisse Besonderheiten, die zu beachten wären. Und dann nehmen wir eine andere Waffe. So. Nein! Was ich jetzt will, ist nämlich mit vollem Leben hier ankommen. Das hat Gründe. Diese Gründe laufen wie folgt. Das ist nur hier, wenn man jetzt mit vollem Leben hernimmt. Wow, du bist so cool! Ich bin es nicht wert! Ich bin es nicht wert! Tritt in die Kapsel für eine Spezialüberraschung! Wir haben einen neuen Angriff gelernt! Nein, keiner drucken. Wäre doch blöd. Kann doch Schoryokend sein! Macht doch auch Spaß! Ah! Okay! Wir können spielen! Nee, das war dumm. Nee, das war dumm. Ups! Wo wir grad beim Thema dumm sind. Wo wir grad beim Thema dumm sind. So. Das Schoryokend. Das man leider nicht hört. Schade. Huch! Auch mal ne geile Pose. Funktioniert übrigens auch nur mit vollem Leben. Und da ist der hessische Gnom schon wieder. Ähm. Nee, ich wollt... Nee, ich wollt... Oh, warum geht's denn draussen jetzt? Ich schaff's grad ne Mal. Zack! Ja! Es funktioniert. Nein, das kann nicht sein! Meister, wächt mich! Ach, so Tricks machen einfach Spaß, oder?